Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute haben wir im Test die Vegas Vulcanos von Leslie Feuerberg. Ja, wie der Name schon sagt, das sind so Vulkane. Vier Stück sind in der Packung. 30 Gramm NEM und 3 Euro haben die gekostet aus dem Teddy. Viel Spaß beim Test. So, wir zünden erstmal einen. Ja, sehr hohe Flamme, sehr nice. Boah, Alter, mit Crackling. Richtig schön. Für den Preis kann man echt nichts sagen. So, und jetzt zwei Stück gleich auf einmal. Ja. Echt wunderschön. Nice. So, und das waren die Vegas Vulcanos von Leslie Feuerberg. Also echt geile Vulkane, muss man sagen. Für den Preis 3 Euro. Echt nicht schlecht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.